Hey Leute, bevor das Video losgeht, hätte ich eine kleine Bitte an euch. Könntet ihr das Video teilen, damit mehr Leute in unser Schwimmbad kommen? Das würde uns sehr, sehr freuen. Und habt ihr es geschafft? Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, herzlich willkommen bei PandidoTV und einem neuen Playmobil Schwimmbadabenteuer. Die neue Riesenrutsche. Viel Spaß dabei. Juhu, wir sind endlich im Schwimmbad. Mama, Papa, Leni, beeilt euch. Wir kommen ja schon, Basti. Ich sehe schon, du kannst es kaum erwarten, loszugehen. Ja, kann ich jetzt endlich los? Wir schlagen vor, wir teilen uns etwas auf. Wie wäre es, wenn die Mädels zusammen losgehen und wir gehen zusammen los und später treffen wir uns dann wieder. Na los, ich wette, du bist nicht schneller auf dem Sprungturm als ich. Haha, das werden wir aber noch sehen. Auf die Plätze, fertig und los. Hey, warte auf mich, das ist unfair. Haha, wir sehen uns später, Liebling. Hey, ich fordere eine Revanche. Haha, die Männer sind schon unterwegs. Sollen wir dann mal zum Becken für die etwas kleineren Kinder gehen, Leni? Ja, ich will schwimmen. Hahaha, ich bin erster. Hahaha, ich bin oben und Papa ist weit und breit noch nicht zu sehen. Haha, jetzt muss ich nur noch über die Brücke. Aber vorsichtig, ganz vorsichtig. Wow, okay, ich schaffe das, das schaffe ich. Ja, nur noch ein kleines Stück. Und, haha, ich bin erster. Äh, Papa, wo kommst du denn auf einmal her? Haha, ich habe eine Abkürzung genommen. Hey, das ist gemein. Na, wieso das denn? Aber nun gut, einigen wir uns auf ein Unentschieden. Na gut, aber ich rutsche als erster. Haha, von mir aus. Na dann, haha, eins, zwei und drei. Wuhu. Haha, wuhu, nochmal. Vorsicht. Achtung, ich komme. Warte, Basti, ich möchte auch nochmal. So, Leni, wir duschen jetzt erstmal. Du zuerst nochmal. Ja, wenn du unbedingt möchtest, dann dusche ich zuerst. Schau, Leni, das ist ganz einfach. Uh, etwas kalt. Aber es ist in Ordnung. So, das reicht. Mama ist sauber. Du bist dran, Leni. Hm, okay. Uh, das ist kalt. Ich bin sauber, Mama. Sehr gut, Leni. Na dann komm, lass uns mal zu dem Wal rüber gehen. Da planschst du doch immer so gerne. Ja, zum Wal. Wal, Pitschipatsch, Wal. Ja, Leni, der Wal. Aber komm mal bitte zu mir, bevor du hier rumtollst. Dann ziehe ich dir eben die Schwimmflügel an. Schwimmflügel, ja. Mama. Klopp, klopp. Und schon hast du die Schwimmflügel an. Ja, Schwimmflügel, jippie. Schwimmflügel. Und jetzt der Wal. Das ist lustig. So, Basti. Nachdem das mit der Rutsche so gut lief, gehen wir jetzt einmal auf den Sprungturm. Cool, da durfte ich doch noch nie drauf. Das stimmt, aber ich glaube, heute bist du bereit dafür. Komm, mein Sohn. Oh, das ist wirklich ganz schön hoch. Ja, stimmt, das ist hoch, aber nicht zu hoch. Probier es doch erstmal. Und wenn du dich doch nicht traust, dann kannst du einfach die Rutsche runterrutschen. Aber du wolltest doch immer von hier runterspringen. Ja, das stimmt. Ich probiere es einfach mal. Okay, vorsichtig. Du schaffst das, mein Sohn. Wow, das ist wirklich ganz schön hoch. Wow. Ähm, Papa, Papa, ich glaube, ich kann das nicht. Das ist zu hoch. Basti, du musst nicht springen, wenn du das nicht möchtest. Dann komm einfach wieder runter. Du kannst hier einfach runterrutschen. Das ist ja weiter nicht schlimm. Dann probieren wir es einfach nächstes Mal nochmal. Ja, gut, das wäre besser. Warte, ich komme zurück. Okay, vorsichtig, ganz vorsichtig. Wow. Wow. Oh nein, Basti, ist alles okay bei dir? Sag mal, ist alles in Ordnung? Oh nein, Basti, ich komme. Basti, halte durch. Hey, Basti, alles okay? Kannst du mich hören? Bist du wach? Basti. Basti, dir geht es gut. Papa, ich glaube, ich bin da vorhin kurz ausgerutscht. Ja, das habe ich gesehen. Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ja, tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber, oh Mann, mir geht es eigentlich gut. Ich musste nur ein bisschen husten. Mach dir keine Sorgen, Papa. Hey, sollen wir noch eine Runde rutschen? Okay, das können wir machen. Aber wir rutschen heute nur noch. Wir halten uns von den Sprungtürmen fern. Ja, rutschen macht sowieso viel mehr Spaß. Ach, ist das hier nicht schön, Leni. Und es ist so schön warm in der Sonne. Leni will ins große Becken. Aber Leni, das ist doch nur für große Kinder. Du kannst doch noch gar nicht schwimmen. Leni will aber ins große Becken. Leni, Vorsicht. Guck mal, Mama. Ich kann schon schwimmen. Leni. Na gut, mit den Schwimmflügeln ist es in Ordnung. Zumindest kannst du damit nicht untergehen. Aber ich passe trotzdem auf dich auf. Sicher ist sicher. Das macht Spaß. Wow, Leni, das machst du wirklich gut. Vielleicht kannst du ja bald schon ohne Schwimmflügel schwimmen. Ja. Und was machen wir jetzt, Papa? Hm, gute Frage. Naja, wir können uns ja ein bisschen umgucken und... Tretet näher, tretet näher. Hm, was war das denn? Tretet näher, tretet näher zu unserer neuesten Attraktion, der Mega-Super-Duper-Rutsche. Wer traut sich hier herunter zu rutschen? Es gibt sie in zwei Ausführungen. Einmal in zwei Richtungen und einmal gebogen. Ähm, die Mega-Super-Duper-Rutschen sind sehr fit. Verpasst sie nicht. Tretet näher, tretet näher für dieses einzigartige Erlebnis. Oh, hör mal. Das klingt doch gut. Sollen wir da mal rutschen? Ja. Hey. Guck mal, Papa. Guck mal. Juhu. Ich kann fliegen. Hahaha. Das war so lustig. Jetzt probiere ich die andere Rutsche aus. Papa, Papa, guck mal. Haha. Und los geht's. Juhu. Haha, ich will auch. Juhu. 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 Haha, das war wirklich klasse. Ja, das war gut. Gleich nochmal. Mama, Mama, Mama. Ich will auch auf die Rutsche. Ganz wie du möchtest, Leni. Dann gehen wir jetzt zum Babybecken, okay? Da gibt's ne Rutsche. Was? Babybecken? Ich möchte nicht ins Babybecken, Mami. Leni ist schon groß. Ach, Leni. Guck dir die Rutsche doch erstmal an. Vielleicht gefällt es dir da ja. Komm, wir gehen mal hin. Na komm. Und Leni, was sagst du dazu? Die Rutsche ist doch wirklich groß genug für dich. Na los. Komm. Möchtest du mal rutschen? Nein. Ich will zur großen Rutsche. Da, wo Basti und Papa sind. Ach, Leni. Probier's doch erstmal hier. Und wenn's dir gar nicht gefällt, dann können wir immer noch zu Basti und Papa rübergehen. Okay? Hm. Na gut. Guck mal, Mama. Ich bin ganz oben. Haha, das machst du wirklich gut, Leni. Oh. Mama, 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 Mama. Das ist so hoch. Ich trau mich nicht. Na los, mein Schatz. Du schaffst das. Ich weiß es. Warte. Na komm. Rutsch. Ich fang dich auf. Ich weiß nicht. Nein. Leni, du schaffst das. Ich weiß es. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Hm. Okay, okay. Mama, du musst mich aber wirklich auffangen, ja? Okay. Eins. Zwei. Und drei. Ah. Ich hab's geschafft, Mama. Ja, das hast du, mein Schatz. Und das ganz alleine. Ich musste dich nicht mal richtig auffangen. Juhu. Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Wir haben Zeit, Leni. Los, du kannst ja noch mal rutschen. Juhu. Hey, da seid ihr ja. Und? Hattet ihr Spaß heute? Ha, ja. Wir sind ganz viel gerutscht. Das war so toll. Ja, wir haben den Tag wirklich gut genutzt. Und ihr beiden? Das freut mich. Wir auch. Leni swims. Ja, Leni ist heute sogar in großen Becken geschwommen. Natürlich mit Schwimmflügeln. Aber ich denke, sie wird bald auch ohne die Schwimmflügel schwimmen können. Oh, was? Das finde ich aber toll. Das freut mich. Dann denke ich mal, dass ihr alle damit einverstanden seid, wenn wir nächste Woche wieder in dieses Freibad gehen, hm? Oh, yeah. Mann, 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 Leute, da haben wir heute ja richtig viel erlebt. Geht ihr auch gerne ins Schwimmbad? Und was macht ihr da am liebsten? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr keine Playmobil-Schwimmbad-Geschichte mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch. Dafür klickt ihr einfach auf das runde Panda-Logo hier oben links im Bild. Und wenn ihr noch weitere spannende Abenteuer aus Pandido City sehen möchtet, dann klickt doch auf eines der beiden Videos hier rechts im Bild. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.